So, weiter geht's mit Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit Wix Gold, die nächste Nebenquest, die uns jetzt hier aufgeploppt ist. Es sind jetzt ältere Nebenquests, also wir werden jetzt natürlich nicht alle, wahrscheinlich alle machen, aber die zumindest auf jeden Fall. Dieser Lump hat die Götter gelästert. Seine Strafe ist zufummiert. Kommen wir jetzt hier. Klappe halten. Zuhören. Am Leuchtturm. Ich wäre fast ertrunken. Die Figuren gingen unter. Ich hab sie nicht gestohlen. Schweig! Und du, tritt zurück, Zerhetti. Hey, droht mir nicht, Nepp. Ich bin ein Magi. Wenn der Junge die Wahrheit sagt, finde ich eure Goldsobex. Wenn ihr lügt, überlasse ich ihn euch. Ich sehe mir diese große Oktera an. Die Götter zu bestehen ist die schlimmste Form der Blasphemie. So, was haben wir hier? So, zwei Goldsobex reingefingst. Das sind also die beiden Schiffe da. Ich guck mal, ob wir nicht alleine sind. Oder ein bisschen weiß, ob wir überhaupt alleine sind. Oh, das bisschen hier. Das sind drei Leute. Das ist ja nicht mehr. Ja, die kriegen. Das ist noch ein Kerl. Dann hat man dabei. Guter Wasser. Okay. gut das ist ja wichtig gut dann machen wir mal von links nach rechts war ich will mich gerne die menschen die drei schiffe hier also mit dem schiff erinnere ich mich dass die große see schlacht so okteren blockade kam er hier so hat sie tot sagt immer auch mal kurz nachholen das ist schwer so haben wir den jetzt oder was so plündern herzer schatz verzwungen so dass wir kurz die zweite auch noch mit auseinander weil wir brauchen ja eher müssen sie auf das schiff das hat doch gereicht du kannst mich mal am ohr schlecken ich wollte ich komme so der letzte tauchgang hat herr meinten komme er mein freund spieler hat mich verarscht jetzt komm herr meint freund du bist der letzte nachdem du ärgert mich jetzt jetzt habe ich dich weiß ja gut jetzt so haben wir jetzt mal ein bisschen ruhe oder wollte mich jetzt ein bisschen nerven so nehmen wir den auch mal mit und hier flindern wir auch noch mal schnell und dann nehmen wir uns das erste eine goldene so weg statu sie ist wunderschön der junge sagt die wahrheit so und jetzt nehmen wir uns mal die letzte vorher wollte ich aber noch die sommer extra tun haben die muss ja unten irgendwo sein ein frisches wrack das könnte es sein eine goldene so weg statu wunderschön genau wie der junge gesagt hat so ich sollte die gold so weg zu diesem abscheulichen priester bringen kriegsbogen so wir flitzen noch kurz hoch und holen noch kurz die sieht nicht gerade sehr gesund aus aber egal so brauchen wir den nennen da so wir sollen auf den tüten den hauptmann töten dann haben wir also alle flipp flipp gut das war's so mein kleiner hauptmann das hat sich ausgehauptmann nicht so haben wir noch irgendwas was ich jetzt hier unbedingt mitnehmen muss eigentlich nicht hier ist noch was zum plündern und hier ist noch was zum plündern und dann hatten wir so glaube ich alle ja super ok dann gehen wir mal kurz rüber zum dorf zurück und bringen dem so ein priester die gold so wegs so 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 Hey, auf den zu schlagen. Dann bestrafe ich ihn eben wegen seiner Nachlässigkeit. Euer Gewand maskiert nur wie feige ihr seid. Götter, ich hasse Masken. Diese Sache geht dich nichts an, Cichetti. Kriech zurück in dein Loch in der Wüste. So, können wir den jetzt auch töten schnell? Ich bin ein Magi, du ehrloser Hund. Ich habe die Befehlsgewalt hier, Magi. Das ist zu kotzen. Jetzt haben wir den Tod. So, wollt ihr mich jetzt flasen? Ich bring dich um. Komm her, jetzt hier. So, haben wir es jetzt, oder? Du willst mich auch noch fahrschnitzen? Tschüss. Oh, den habe ich, glaube ich, gerade mitgeschnitten hier hinten. Was soll ich jetzt tun? Der Tempel wird mich nicht akzeptieren. So. So. So, Sobeks Gold abgeschlossen. So, ich guck mal ganz kurz noch meine Ausrüstung. Wir haben bestimmt auch irgendwas gefunden. Naja. Das Krempel. Nichts wirklich wichtig ist, ne? So. 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 Was haben wir jetzt mit Level eigentlich mittlerweile? Jetzt 414.000 Erfahrungspunkte. Alles klar. Das sind höchstens drei Quests. Gehen wir davon aus, dass das vielleicht auch vier, fünf Folgen sind. Also mal durch. So. Wir haben hier in der Nebenquest, der faule Apfel. Ich guck grad. Wollen wir noch irgendwas? Was ich jetzt gesehen habe? Das ist ein Eisensperr. So. Okay. So. Wir haben Fähigkeiten. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Und hören mal, erhöhen mal gerade den Nahkampfangriff. Gut. Gut. Äh. Ich guck grad. Haben wir noch irgendwas, was jetzt... Haben wir noch Nimmquests, die uns vom Level her interessieren? Hier ist noch eine. Der Altmeister. Ja. Ich bleib mich jetzt mit Nimmquests ein bisschen über meine Nachwarnfachheit. Äh. Äh. Was halten. Hier hätten wir noch eine 31er Quest. Da ist der Fluch der Hathor. Gut. Den wollen wir jetzt gerade ein bisschen uninteressant lassen. Gut. Dann reise ich hier rüber. Zur Gladiatoren-Arena, weil da ist die nächste Nebenquest. Äh. Aktivität beenden. Ja. Möchte ich gerne, weil ich möchte nicht in die Arena. Ja. Ich wollte eigentlich nur zu der Dings. Oh. Zu der... Zu der... Zu dem Ziel. Zu dem Schnellreiseziel. So, sind wir hier richtig oder was? Ja. So. Der nächste... Die nächste Quest, die wir haben, ist der Altmeister. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an bei Let's Play. Äh. Assassin's Creed Origins. Ganz. Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017